Herzlich Willkommen zur dritten Folge vom Splatoon 3 Story Mode. Wir sind hier an der Basis der C-Seroins bzw. in Alterna oder so und wir müssen die Octo Expansion Level weitermachen. Also ich sag immer Octo Expansion Level weil halt so ähnlich. Ja einiges ist im letzten Part passiert. Jetzt geht es hier aber weiter mit dem nächsten Level Octo Pots en masse. Okay. Keine Angst vor Knalleffekten. Reiche das Ziel. Und wir können mehr Waffen auswählen. Yes. Ja ich nehme direkt an der letzten Folge auf. Ich bin Hype auf diese Folge auf die nächsten Level. Guck mal was jetzt so geht. So wir haben Empfehlung. Bekommen aber überall gleich viel und haben hier ein Salmini und da haben wir kein Salmini. Aber wir behalten die Heldenausrüstung. Erstens wird es empfohlen. Zweitens gibt es gleich viel Belohnung. Und drittens ist das Schießwaffe und ich mag keinen Proviator. Wobei Spatling wäre auch noch gegangen, aber das kann man auch schon machen. So da hinten ist vielleicht sogar schon das Ziel schon wieder. Dann gehen wir mal durch, was nochmal Knalleffekte heißt. Ah diese Viecher. Hä die kann man zurück schleudern und nicht mehr zerstören. Okay. Muss ich verstehen? Fragezeichen? Ne. Die Bomben wurden an und ich verändere. Tschüss. Ein Upgrade-Punkt plus. Let's go. So was da oben? Schlüssel. Okay. Ne. Brauchen wir für da. Okay. 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 Oh Mama. Ich bin gar nicht langsamer. Habe ich jetzt irgendwas verloren? Und ich habe glaube vorher eine Rüstung gesammelt. Kann das sein? Keine Ahnung. Aber irgendwas ist passiert. So tschüss. Und einfach Minibomben. Zack, zack, zack. Sylvester. Wow. Nein. Okay. Jetzt bin ich langsamer. Okay. Wir hatten eine Rüstung war er jetzt aber nicht mehr. Das ist eine Riesenbombe. Das war das von mich. Das hat ein bisschen zu viel Meckers gehabt. Äh. Naja. Das hat Meckers. Das war gerade das voll. Aber die Sterne. Sorry. Und das hat noch eine gewaltige Explosion gemacht. Muss ich schon mal sagen. Das weiß ich aber immer noch. Ich glaube ob wir jetzt was sammeln können immer oder nicht. Obwohl wir das Anthropium herbekommen. Weiß ich auch nicht. Also. Keine Ahnung. Aber okay. Letzter Checkpoint. Ja. Das ist wieder ein kurzes Level. Aber die waren im Opticspansion auch kurz. Hoffentlich gibt es aber viele. Weil es gibt ja auch sechs Welten. Also. Eine Weile wird es hier bestimmt gehen. Muss man. Da denke ich einfach mal. Gucken wir mal. So, zack. Die Raketen. Feuerwerk. Raketen. Die machen wieder weg. Der Rüstung. Danke. Wir können Ulti einsetzen. Vergesse ich immer. Die Rüstung. Oder die Ulti. Komplett verschissen. Achso. Mehr Fällen kann man gar nicht. Wie schlecht das gerade war von mir. Äh. Ups. Und da ist das Ziel. Und das habe ich gedacht. Das zerstört jetzt alle Kisten. Aber nee. Hat es nicht. Schade. Aber ja. Das war es schon beim Ziel. Und ein Salmini macht so viel Schaden wie eine Bombe beim Ziel. Das ist auch cool. Ich finde das so cool wie das da aussieht. Und das Schwarzweiß. Jetzt haben wir noch ein 100 bekommen. Ich dachte ich werde beim ersten Level einen guten Bonus. Aber das war ja dann voll Wucher. So. Weil dann haben wir jetzt ja viel mehr bekommen. Okay. Keine Ahnung. Ich verstehe hier noch einiges nicht. Aber das kommt noch. Das kommt noch. So. Aber das heißt. Ich muss wieder Level öfter spielen. Wie im Octo Spansion. Weil ich 100% haben will. Ist ja wieder so ein Stickerpack. Eine Schriftrolle. Hä? Habe ich schon zwei verpasst? Jetzt der Herz und heil ist Chaos. Seit du den Hotspots Blitz will. Nimm das unbedingt mit. Ja. Das habe ich gemacht. Äh. Stimmt. Es gab Schriftrollen damals immer. Gibt es jetzt hier noch mehr? War das jetzt das dritte war? Oder ist es mit Absicht das dritte? Ich habe keine Ahnung. Äh. Ja. Da bin ich wieder zurückkommen. Okay. Keine Ahnung. Anscheinend habe ich schon eine Schriftrolle verpasst. Erinnere dich. Okay. Damit komme ich zurück zum Krater. Das ist natürlich auch sinnvoll. Stimmt. Wir müssen jetzt gar keine Elektroverse mehr sammeln. Stimmt. Und der Riesen-Elektroverse ist der hier unten? Oder was? Gut. Muss ja dann. Wenn dieser neue Bösewicht das hier gemacht hat. Habe ich jetzt verkackt. Ne. Hier ist noch mehr. Ne. Da komme ich jetzt hoch. Und hier ist auch ein Level. Ah okay. Habe ich doch nicht verkackt. Aber hier ist noch was. Was ist denn das? Ein Stück Spind-Deko. Wow. So eine Atommasse. Massenfass. Wo so Atomzeug reinkommt. Atommüll. Keine Ahnung. So sah zumindest aus. Wir haben schon 5 Upgrade-Punkte. Ich weiß nicht wieso. Aber wir gehen weiter in Stringereinheiten. Und wir brauchen 20 Eier. Oder wie? Setze ich den Tree-Stringer ein. Oh mein Gott. Das mit dem Bogen. Oh je. Das kann was werden. Das kann was werden mit dem Bogen. Okay. Aber das ist natürlich auch wieder. Das war auch das coole Atomzeug-Manage. Das immer andere Waffen hatte. Und das ist hier wieder so. Und wir haben eine ganz andere Farbe. Und wir kriegen 1400. Oh okay. So. Wir müssen 20 mitnehmen. Äh ausgeben. Versuch, versuch, versuch. Bam. Wow. Ich hätte so machen sollen. Ah. Okay. Wenn ich auflade. Dann macht er einen Schuss. Und wenn ich so mache. Dann schießt er drei. Wenn ich so mache. Ah okay. Bei dem ersten Mal. Dings. So aufladen. Bevor es zweite. Bevor der zweite Kreis kommt. Kann man diese Teile so machen. Dass er. Noch explodieren beim Aufprallen. Alles klar. Putz. 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 Aber mit den Bäumen hier ist schon richtig geil aus. Die Farbe und die Bäume. Ach so echt. Richtig cool. Wir haben Curling Bomben. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Bam. 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 Let's go. Kann ich Curling Bomben einsetzen hier? Ja. Es stinkt aber die Curling Bomben. Pass auf, pass auf, pass auf. Bam. 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 Ey voll geil. Ist so richtig sneaky. Wir sind hier einfach Spion oder Agent oder was auch immer. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Tschüss. Schnell verstecken. Du meinst ja. Irgendling auf geil Mission. Bam. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Bam. Das macht Spaß für das Rollenspiel. Aber Anchorvium gibt es hier wohl anscheinend immer noch nicht. Okay. Aber es ist endlich mein Level mit mehreren Abschnitten. Das ist mal was. Guck mal. Zeit hier. Das ist dann ein Schuss, hat die gerade gemeint. Okay. Und dann kann ich hier rüber schießen. Okay. Dann hilft der Soymo das auch ein bisschen den Bogen zu lernen. Das ist, das ist sehr cool. Das ist sehr praktisch. Ja. Den kann man auch mal im Online-Modus halt mal verwenden. Wenn man ihn gut kann, ne. Das ist halt erstmal so die Voraussetzung. Und das kann ich so irgendwie gar nicht. Boom. Boom. Geil Mission. Irgendwie jetzt komplett verkackt. Okay. Ich habe gerade kommen mit Schaden bekommen. Okay. Ja. Beruhigt euch jetzt mal. Danke. So. Fisch A gibt es auch wieder einiges. Möchte Küsten halt. Boots. Boots. Aber wir treffen ganz gut. Man trifft es macht immer Spaß. Was bist du? Ich will meinen das Ganze aus. Wir machen das Ganze aus. Jawohl. Bringt gar nichts, ne. Keine Ahnung. Hui. Weiter. Letzter Checkpoint. Ja. Also dann sind wir schon Richtung Ende. Die haben so Angst vor meinem Schuss bekommen, dass sie sich umgebracht haben. Das ist natürlich auch mal eine neue Taktik. Ja. Das kann man auch mal machen. Oh mein Gott. Die haben so einen Schuss. Nein. Hör auf. Okay. Okay. Tschüss. 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 Die Musik hat schon so James Bond Vibes. Ich habe zwar die Filme nie gesehen und habe keine Ahnung von James Bond, aber irgendwie fühlt es sich so an. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aufladen, da drauf schießen und dann richtig timen. Was auf? Oha. Wie geil. Man muss die Funktion des Bogens richtig benutzen. Boom. Wie, das hat nicht gereicht. Danke. Hey. Richtig nice. Oh, guck mal wie viel Reichweite der hat. Ja. Ich glaube zwar immer noch nicht viel um. Aber trotzdem. Passt. Nice. Dann sind wir fertig. 1400. Wir kriegen jeweils doppelt, habe ich so das Gefühl. 1400. Oder kostet es einfach immer nur so viel. Und man muss es kriegen. Es kann auch sein. Hm. Okay. Ich will immer noch wissen, wo es Anchorvium gibt. Ich habe immer noch keine Ahnung. No. 1400 nehme ich mit. Dann erstelle ich schon das nächste Level. Aber hier gibt es noch eine Map irgendwie, ne? Genau. Und ich kann halt keine Upgrades machen, weil mir diese drei Dinger fehlen. Aber auf der Anzeige... Oh, es gibt sechs. Ja. Es gibt sechs Welten. Aber... Dings. Da bin auch kein Anchorvium angezeigt. Gibt es das dann? An diesem Laufel, wie die Menschheit unterging. Ach du Scheiße. Ich will keine Logs lesen. Und da gibt es auch wieder so ganz viele. Ich muss noch einiges lernen über diese Sammelobjekte in diesem Spiel. Nur am Rotieren ist das nächste. Dann wird zerkleckst die Oktariano und erreicht das Ziel. Okay. Dann zerklecksen wir die mal. Zerklecksen. Ist auch mal ein Wort. So. Wir sind wieder unsere alte Farbe. Jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Komm. Wir hatten gerade schon eine andere Waffe. Komm. Wir nehmen einfach mal... Sollen wir den Blaster mal nehmen. Weil ich immer noch keinen Bock auf Blue Viator habe. Dann nehmen wir den Blaster. Guck mal mal. Das ist gratis. Warum auch immer. Aber es kann ja sein, dass... Weil es ja um Gegnerkönnen geht, dass da der Blaster eine gute Idee ist. Bam. Bam. Ja, ja. Das ist Bast. Tschüss. 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 Ja, das macht Spaß mit Blaster. Das hat mir schon gedacht. Deswegen habe ich ihn genommen. Schön. Die Gegner alle wanted. Die haben alle gar keine Chance. Die heulen alle. Die weinen. Komm. Ohne Heldung ist das. Dann haben wir gar keine Ulti. Ja, moin. Oh, moin. Servus. So. Genau. Kein Problem. Putz. Putz. Okay. Okay, das ist ein Fischeier. Und das ist wieder eine Trisuka. Oh, ich dachte gerade, hä? Ich will dafür noch keine Trisuka benutzen. Dafür will ich die Trisuka benutzen. Bam. Bam. Tschüss. Und tschüss. Ja, ja, ja. Das ist viel besser mit Blaster. Safe auf jeden Fall. Das ist mein letzter Checkpoint. Moin. Tschüss. Wieso nicht tschüss? Ich will so richtig keinen Insta-Bomben-Blaster-Kill machen, aber ich hatte nicht genug Reichweite. So, alsbesuch. Bam. Extra an die Seite geschossen, damit der auch von der Insta-Bomben bestürbt. So. Wunderbar. Kaputt machen wir alle. Der Upgrade-Dinger-Stufe, die steigt ohne Grund, weil wir keine Anthropiums haben. Wunderbar. Ich habe irgendwie jetzt komisch ein Symbol in die Gegner. Ja, guck mal. Ich bringe die Dschwing-Wolle nochmal. Ah, das ist ein Fragezeichen. Das habe ich gar nicht erkannt. Loll. Ich dachte schon, herr, haben die keine Fragezeichen. Aber doch. Haben sie. So. Nächster ist Level abgeschlossen. Oh yeah. Und da bekommen wir so 900, Kuh. Oh mein Gott, das steht doch immer am Anfang vom Level, wie wir bekommen. Ich bin so lust. Das merke ich jetzt erst. Ist ja klar. Wir kriegen ja die 900, wir müssen sie ja nicht ausgeben. Oh mein Gott, ich... Es ist morgens, okay. Lass mich im Ruhe. So. Dann ist der Mini... So, Mini will dir was sagen. Was will er mir sagen? LoL. Ja, moin. Es gibt auch noch so... Nein. Oh. Ach so. Das ist wieder sowas. Ja klar. Nein. Wo geht ihr hin? Ja, das ist so schwierig. Fress das mal auf. Was ist hier? Wo ist das auch mal auf? Hier ist noch was. Warum ist so eine für ein Spind? Eine Goldplatte. Ah, nee. Davon wird die Musik jetzt hier geändert. Hier ist ein neues Level. Okay. Wir können einfach die... Wir können einfach Schallplatten finden und die Musik ändern. Okay. Was ist hier? Noch mal eine Schriftrolle. Perfekt. Und durch die zweite. Okay. Wir haben nichts verpasst. Okay. Aha. Guten Morgen. Neun mehr Fischei. Da sind immer Fischei drunter und die sind klein. Ja, hundert. Das kann man essen. Thanks. Und... Da gibt's keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen... Nee, das ist ein nächster Level. Haften, schießen, springen. Mit 39. Setze den Haftsprung ein. Ich hab den noch nie eingesetzt, glaube ich. Okay. Wir haben nur diese Ulti, so wie es aussieht. Weil da war keine Waffe. Doch, wir haben eine Waffe. Haftsprung, Kleckser. Hier ist korrechter Umgang mit dem Haftsprung gefragt. Wir müssen 30 Zahlen kriegen. 1200 wieder. Okay. Haben wir die Ulti jetzt die ganze Zeit oder nicht? Doch, haben wir. Okay. What the fuck? Wie das aussieht. Okay. Bisschen creepy. Okay. Wie soll sie sein? Nein. Junge, einfach Spiderman, Digga. Nein. Okay. Einfach Spider-Inkling. Pass auf. He he. Nein, wir müssen schwimmen. Hey, wie cool. So, hoch da. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Level. Stimmt, wir können ja auch an Wänden so einen Boost machen, ne? Nein! Ulti kann ich. Erster Abschlussbonus kann ich vergessen. Tag, nein! Ich check die, was die mit dem B meinen. Nein, die springen mit B die Wand hoch. Was meint die? Ah, lol. Das ist der Minisprung da, oder was? Keine Ahnung. So. Tschüss, tschüss. Guck mal, jetzt haben wir auch wieder eine Waffe. Wir hatten gerade eben, glaube ich, keine mehr. Ich konnte, oder? Da hatten wir irgendwie keine, oder konnte ich nichts machen, oder? Am Anfang konnte ich nichts machen, weil es überhaupt so tutorialmäßig war. Dass die Waffe weg war, damit ich die üben kann, wie man die Tintage verwendet. Ich glaube, so war das. Okay. So, was bringst du? Ich kann die Viecher mit den Tintakel one-shoten. Ich kann da einfach durch. Das ist krank. Komme ich da irgendwie? Nein, ich bin zu blöd. Bist du da oben war es? Nee, ich hätte ja sein können. Das wäre cool gewesen. Den Kischen können wir auch donnern. Das macht ganz schön viel Schaden, ne? Zack. Lol. Ja, die Gegner wurden ein bisschen hops genommen von ein paar Ballons. Zack. Die Musik ist auch irgendwie witzig. Der hat auch so Suppe in Spider-Man-Vibes. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wieso. Oder ich denke einfach nur in Spider-Man. Deswegen konnte ich mir so vorausgenossen. Oh mein Gott. Okay, doch. Jetzt ist es irgendwie Opa. Okay. Schade, dass es nichts zu sammeln gibt. Das ist voll sad. Das muss ich auch wieder gar nichts Ausschau halten. Ich habe einen Moin, wie groß das hier ist. Zack. Und die Umgebung ansehen. Ich muss ja nichts sammeln. Also gibt es da auch nichts zu sammeln. Hui. Zack. Okay. Zack. Irgendwie ist es auch ein bisschen eklig mit diesen Tentakel, ne? Irgendwie. Bisschen. Bisschen arg wird. Und unendlich Reichweite haben wir auch nicht. So, da komme ich noch hoch. Moment. Fisch, ah ja, wichtig. Pff. Das war nicht so. 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 Gut. Amazing Inkling, man. Amazing Squid, man. Hui. Hui. So. Wir sind ganz schön weit oben. Ja, das kann sein. Und Höhenangst, doch habe ich eigentlich schon, aber mein Inkling bestimmt nicht. So, letzter Checkpoint, genau. Oh, Sniper. Zack. Die kriegt uns nicht, die kriegt uns nicht. Hui. Hui. Tschüss. Das war safe, ich habe mir so gedacht. Habe es trotzdem gemacht. Sorry. Und. Ins Ziel. Yes. Das war auch mal ein cooles Ziel. Haft, Haft und Schießen, Sprengern. Let's go. So richtig, so zu tief, so richtig. Pff. Ich sehe so weird aus, ich weiß auch nicht. So bin ich eigentlich immer so hässlich in den Videos. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja, genau das. So. Bin gespannt, wie viele Level es hier noch gibt. Wir haben ja eine Map irgendwie, irgendwo. Genau. Da gehst du doch noch voll viele Level dann. Eins, zwei, drei, sechs, neun. Okay, ich habe irgendwie Levelreihenfolge ein bisschen sehr verkackt. Ups. Ah, ich hoffe, ja. Damit fährst du an der Heldenausrüstung. Drücke X um das Upgrade-Menü aufzurufen. Oh mein Gott. Wir kommen die doch nicht in den Level, sondern hier. Spezialer der Zeit Plus. Oder, wenn du in Schand, wenn du in der Mini einstecken kannst. Da kann man auch voll viele einstecken. Ich mache das. Erstmal. Aber es gibt einfach einen Billigkeiten-Baum. Das ist so, wie den so Spider-Man-Spielen zum Beispiel. Richtig geil. Aber, weil wir schon wieder lange Zeit hier. In der Aufnahme haben. Glaube ich, war es das. Das wollte ich nicht. Nicht so schnell. Wem wollt ihr denn darstellen? Ich will doch da gar nicht hin. Hallo Marco. Hallo Mori. Oder wie er heißt. Darstellen. Ha, pull dir den Seetang aus den Ohren. Und dann sage ich dir, wer wir sind. Es sind die Schatzjäger, die nie genug kriegen. Gleich fließen die Moränen. Hier kommt Mori. Und ich setze in der Spitze der Hauungskette noch einen drauf. Ihr nennt mich Marco. Und Big Man. Reicher als reich. Dix deinem Teich. Hier kommt Mantaro. Der Mantastische. Spazwood ist unser Revier. Und klauen dürfen hier nur wir. Ei, ganz genau. Wir sind Surimi Syndicate. Ja, das wissen wir schon. Hihi, die gefallen mir. Ach, du scheiß Ayoli. Nee. Nicht dein Ernst. Ayoli. Ja, hab ich gemocht. Ich mag die immer noch. Schön für dich. Und was genau wollt ihr genau gestalten jetzt von uns? Moment mal. Surimi Syndicate. Ist das nicht die Idee im Adenachis? Blattcast? Ja. Ha, ist ein Nebenjob. Doch in Wahrheit sind wir unbeugsame Outlaws. Die Edelfische unter den Beutemachern. Ich will ja nicht unterbrechen. Schau dich mal um, Mori. Wir haben hier den Jackpot geknackt. Berge weiße Schätze. All die Zeit unter dem Krater verborgen. Wir müssen sie nur noch einsacken. Ei, gut erkannt, Marco. Sag mal bitte schnell, ihr Klauenfische. Wollt ihr uns vom Schätze abhalten? Das könnt ihr euch nämlich abschminken. Das Zeug schrauben wir alleine ab. Und dann sind wir steinbottreich. Ob die Schinsparer geprobt war? Ging ja richtig flott von der Hand. Die haben ja gar keine Angst vor uns. Hey, habt ihr Anemonen auf den Ohren? Ei, also ich hatte fast Angst vor dir, Mori. Feindlich, dass es aufbaut. Och man, Taro, du bist süß. Pah, wen interessiert es, was die Seegurgen denken? Wir haben besseres zu tun. Der Schatz ist unser kapiert. Und falls ihr uns in die Quere kommt wollt, da. Ich wünsche euch Rumpf und Kratenbrätenbruch. Ach so. Macht Beute, Leute, falls wir euch was übrig lassen. Bro, ich mag die ja schon so nicht. Aber jetzt ist, jetzt, 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 jetzt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Real Talk. Keine Disfressen. Zack. Weil jetzt können wir, glaube ich, diesen Ballon noch machen. Ich glaube, wir kommen da jetzt hin. Schätze ich. So, Boots. Boots. Okay, wir kommen da, glaube ich, doch nicht hin. Aber wir müssen da hoch. Nein. Nein. Die sind so weg, die Ballons. Die sind noch nicht weg. Die sind noch nicht weg. Nein. So ready. Och, Leute. Leute. Ich werde noch holen, bevor wir den Park beenden. Wählen auch den Ballon holen. Weil der muss ja irgendwas bringen. Ich habe schon vergessen, was der in Sputum 2 brachte. Sadly. Aber ja, der muss noch irgendwas bringen. So. Zack. 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 Es geht noch weiter. Nein. Ihr bleibt nicht da. Ihr fahrt nicht ab. Okay, wieder am Startpunkt. Und wir bekommen eine Schriftrolle. Stimmt. Nice. Okay. Und die erste. Perfekt haben alle. Wenn man Muschelmoki bestellt, bekommt man am Kobolus und in Spatzfeld zwei ganz unterschiedliche Sachen. In Kobolus Moki sind um die Muschel gewickelt. Spatzelmoki in der Muschel. Dann Sesam und Schafe Soße drauf. Dann nachleckt man sich alle Tentakel. Danke für die Info. Das freut mich. Ja, aber es würde ich sagen, Friends. War es es schon mit dem dritten Parad von der Sputum 2. Sputum 2. Ich muss immer an Sputum 2 denken. Vom Sputum 3 Story Mode. Beim nächsten Mal schließen wir das Gebiet ab. Gehen in das nächste Gebiet. Und Serename Syndicate sind kacke. In diesem Sinne. Lasst ein Like, das dir gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo, dann habe ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Und schreibt ein Kommi oder so. Das wird mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Tiger, wenn man einen schönen Tag kommt. Bye, bye.